ja herzlich willkommen zu einem neuen warburg youtube video und zwar ein neues format das wir heute hier vorstellen möchten und wo wir premiere feiern nämlich die warburg anlageakademie was stellen wir uns darunter vor in unseren bisherigen videos geht es ja vor allem darum dass christian jaspern halt und ich quasi immer auf aktuelle konjunkturentwicklung oder marktentwicklung eingehen heute geht es darum quasi ein bisschen tiefer in die materie einzutauchen es geht darum halt wissensvermittlung zu schaffen aber nicht nur auf basis von reinen daten sondern auch vielleicht ein bisschen stärker hinter die kulissen zu schauen und vor allem auch zu gucken wie wirken sich makroökonomische bezahlen vielleicht auch unternehmensspezifische daten eigentlich auch dann nachher auf anlageentscheidungen aus sodass es letztendlich auch darum geht hier so ein bisschen zu zeigen wie man anlegt oder welche dinge man sich dafür anguckt um möglichst auch erfolgreich am kapitalmarkt zu agieren und das machen wir nicht alleine sondern dazu werden sich christian jaspernath und ich immer gäste einladen und einen gast habe ich heute hier schon und zwar professor peter seppelfricke den haben wir schon häufiger hier bei uns zu gast peter herzlich willkommen du bist ja professor an der hochschule osnabrück am lehrstuhl für finanzwirtschaft aber vielleicht kannst du einfach noch kurz dich selbst vorstellen ja gerne erst mal herzlichen dank für die einladung ich glaube das wichtigste vorweg ich bin nicht nur einer theoretiker nicht nur einer wissenschaftler sondern ich habe hier begonnen als aktienanalyst also von daher hatte ich immer auch die konkrete anlage vor augen die konkrete analyse von finanzinstrumenten und die bewertung von finanzinstrumenten aber auch theoretisch fundiert und insofern passt das hier ganz gut zum thema genau würde ich sagen da bist du eigentlich prädestiniert hier um heute hier mit uns den aufschlag zu wagen du bist ja auch mitglied im warburg wissenschaftsinstitut also insofern bist du tatsächlich auch jemand auf dessen theoretische unpraktische expertise wie hier immer zurückgreifen können darüber freuen wir uns natürlich sehr was haben wir uns für ein thema ausgesucht ich hoffe dass es spannend ist für ganz viele zuschauerinnen und zuschauer es geht natürlich darum um das thema überhaupt nämlich die inflation die einfach nicht nachlässt wenn wir jetzt in den letzten tagen auch wieder neue inflationszahlen bekommen wo man sieht okay also ganz so schnell geht der preisdruck jetzt nicht davon und die inflationsraten sinken nicht so schnell wie wir uns das vielleicht erhoffen würden was hat das für auswirkungen natürlich primär ist inflation ganz entscheidend und ganz wichtig für den zins und der zins ist ja etwas wo ich sagen würde das ist eigentlich die stellschraube par excellence für den kapitalmarkt oder wie siehst du das ganz genau so sehe ich das also bei jeglichem fundamentalen bewertungsmodell muss man zukünftige folge abzinsen also was macht einen wert einer anlage aus den gegenwahlswert der zukünftigen erträge und abzinsen tut man wie das wort schon sagt mit den aktuellen zinsen und wenn die steigen dann sinken die die barwerte zukünftiger träge dann werden also jegliche finanzinstrumente oder immobilien weniger wertvoll insofern stimmt das genau da hast du auch schon das richtige stichwort geliefert denn wir wollen uns heute mal vor allem damit beschäftigen wie sich der zins auf den immobilienmarkt auswirkt weil ich glaube immobilien das ist natürlich schon für viele ja einerseits vielleicht eine interessante anlageform aber natürlich stellt sich auch für viele menschen die fragen mensch also ich wohne noch zur miete und vielleicht möchte ich mir irgendwann mal eine immobilie zulegen zugegebenermaßen wenn man ordentlich hohe preise am immobilienmarkt das heißt damit ist es ja für viele in den vergangenen jahren immer schwieriger geworden sich eine immobilie zuzulegen wir hatten aber in der vergangenen muss man sagen zwei gegenläufige effekte einerseits steigende preise andererseits aber ich meine wenn man jetzt mal so ganz ganz lange zurückguckt eigentlich so seit anfang der 90er jahre eigentlich einen lang anhaltenden trend in dem die zinsen gesunken sind also ich habe mal geguckt wir hatten in den 90er jahren zinsniveaus von acht oder neun prozent damals eben auch unter anderem aufgrund hoher inflationsraten nach der deutschen wiedervereinigung da gibt es ja so einen ordentlichen wirtschaftsboom der dann auch dazu geführt hat dass die inflationsraten ordentlich angestiegen sind danach ging es kontinuierlich mit den preissteigerungsraten zurück und das hat auch dazu geführt dass die geldpolitik da so ein bisschen die züge schleifen lassen konnte in form von sinkenden zinsen und dieser trend hat sich ja ich sag mal mit unterbrechung aber eigentlich bis ende 2021 so fortgesetzt die hypotheken zinsen sind dann bis auf fast ein prozent gesunken das heißt damit wurden finanzierungen natürlich einfacher und weil das dazu führt dass die menschen sagen mensch also wenn die zinsen tiefer sind und ich letztendlich für einen kredit weniger zinsen bezahlen muss kann ich natürlich mehr auch eine höhere eine höhere kreditsumme leisten und das hat dazu geführt dass dann dementsprechend auch die immobilienpreise sehr stark angestiegen sind auch hier bei uns in deutschland nicht jetzt irgendwie schon seit beginn der 90er jahre wir haben diesen trend eigentlich vor allem so nach der finanzkrise gesehen also so seit 2009 sind die immobilienpreise schon sehr deutlich angestiegen man kann auch mal unterscheiden zwischen bestands und bestandsbauten und neubauten man kann sehen dass die bestandsimmobilien sogar sich etwas mehr verteuert haben als die neubauten aber man kann sagen so ungefähr pi mal daumen eine preisverdoppelung seit 2009 also wenn man das auch mit anderen ländern vergleicht muss man schon sagen das ist ganz ordentlich eine ganz ordentliche entwicklung gewesen und ja im vergangenen jahr kam dann die zinswende ausgelöst unter anderem leider auch durch den krieg zwischen russland und der ukraine die zu sehr oder der zu sehr hohen inflationsraten geführt hat dadurch mussten dann die notenbanken gegensteuern man hat die zinsen sehr stark erhöht erst in den usa aber dann natürlich auch hier bei uns in der eurozone und die inflation und die auswirkungen auf die geldpolitik haben natürlich auch ihre spuren dann bei den hypotheken zinsen hinterlassen das heißt da haben wir einen relativ starken zinsanstieg erlebt im vergangenen jahr und gut ein prozent auf mittlerweile etwa vier prozent das war eigentlich wenn man historisch gucken muss man sagen gut vier prozent hypotheken zinsen das ist nicht so sonderlich viel weiß ich ob du mal ein haus finanzieren musstest ich habe das anfang des jahrtausends getan da waren die zinsen glaube ich noch ein bisschen höher aber klar wenn man von einem prozent kommt und passt eine vervielfachung hat dann hinterlässt das spurt um das ein bisschen konkreter zu machen ich habe mal einen hypotheken zins rechner bemüht und da mal geschaut wenn ich einen kaufpreis von 500.000 euro habe 150.000 eigenkapital dann habe ich so mit allen nebenkosten ungefähr kann ich dann 20 prozent meine immobilie selbst finanzieren aber auch 80 prozent kredit bei anderthalb prozent kredit zins habe ich eine monatliche rate etwa von 1400 euro wenn der zins auf vier prozent steigt sind es schon fast 2000 euro das heißt also im monat fast 600 euro unterschied das heißt im jahr knapp 7000 euro mehr die ich als kreditnehmer auf den tisch legen muss und das ist natürlich dann schon immens gerade wenn man weiß okay 7000 pro jahr nach 10 jahren 70.000 und dann ist die immobilie ja noch nicht abbezahlt also das sind massive unterschiede jetzt kann man mal gucken okay wie weit müsste eigentlich der kaufpreis sinken damit ich wieder meine ausgangs monatsrate erreiche da kommt man zum ergebnis in diesem beispiel müssten die immobilienpreise tatsächlich um 20 prozent sinken also doch ein relativ klares signal dafür dass wir am immobilienmarkt ein gewisses ungleichgewicht noch haben die preise sind noch nicht so stark gesunken aber ich glaube dass es ein bisschen dauern wird bis wir hier wieder ein gleichgewicht von angebot und nachfrage haben und dementsprechend muss man eigentlich davon ausgehen dass die preise jetzt in den in den nächsten quartalen noch sinken werden ein crash am immobilienmarkt weiß nicht wie du das siehst ich würde nicht erwarten glaubst du dass die 20 prozent realistisch sind würdest du mit mehr oder vielleicht mit weniger aufrechnen also ich sehe das ähnlich wie du die immobilienpreise müssen noch sinken ich habe es ein bisschen anders aufgerollt eher von der anlegerseite man will eine gewisse rendite haben kann darüber vergleichen mit anderen anlageformen wenn die zinsen steigen auch für unsicher anlagen beispiel italienische anleihen also schon ein bisschen mehr unsicher wenn man dann bei solchen anleihen vier fünf prozent rendite bekommt dann möchte ich das vielleicht auch von ähnlich riskanten anlagen auch im immobilienbereich und wie kann ich das erzielen mit einer relativ vergleichsweise konstanten miete natürlich wenn die preise unterkommen und das hatte ich auch mal durchkalkuliert dann komme ich tatsächlich auch 20 30 prozent preis nachlass der dann da oder ja kaufpreis reduzierung damit man noch dann angemessene renditen wieder bekommen kann also von daher bin ich in einem neblichen bereich wie du also so weit sind wir noch nicht also da sind die preise noch nicht so weit im moment in bewegung das führt auch dazu dass wir relativ wenig transaktionen im moment am immobilienmarkt haben kann man sich ganz gut anschauen wenn man mal schaut so es werden relativ wenig hypotheken neue hypotheken verträge abgeschlossen da liegen wir deutlich unter den den vorjahresniveaus also dieser anpassungsprozess dauert ja immer so ein bisschen bis märkte wieder im gleichgewicht sind also das gleichgewicht zwischen angebot und nachfrage hergestellt sieht man hier eigentlich sehr gut das wird also noch dauern wie gesagt so ein crash wie wir das so aus anderen märkten kennen wenn man mal zurückguckt so 2008 2009 was da am amerikanischen immobilienmarkt passiert ist was man teilweise in skandinavien in den 90er jahren gesehen hat das würde ich jetzt für deutschland nicht erwarten also keine preishalbierung aber wie gesagt 10 15 vielleicht 20 prozent ich glaube darauf muss man sich schon einstellen ja das sehe ich ähnlich also ein crash müssen wir nicht befürchten du hast es ja auch schon ein bisschen ausgeführt wir haben mit höhere zinsen aber wir werden wohl dauerhaft nie wieder so hohe zinsen haben wie die 90er jahren oder noch zuvor aber es gibt starke argumente dafür dass das nicht so sein wird zentralbank verhalten hast du angedeutet ich glaube nicht dass man aus dieser sackkasse mehr herauskommt man hat die zinsen deutlich gesenkt und hat die staaten oder private schulden angefixt mit niedrigen zinsen es wurden schulden angehäuft in allen sektoren und wenn man jetzt krass die zinsen steigen lassen würde dann hätte man eigentlich auch wieder eine finanzkrise insofern müssen dass die zentralbanken vermeiden und werden die zinsen vergleichsweise niedrig halten und da muss man nicht viel befürchten und man kann es auch schon ganz gut ablesen an den märkten dass ich gucke mal auf die ganz langlaufenden anleihen die 30 jährigen bundesanleihen beispielsweise und dann sieht man ja welche zinserwartungen da schon eingepreist werden und das ist langfristig immer noch mehr oder weniger zins von ein prozent und angesichts von hohen inflationsraten ist das ein real zins jetzt immer noch negativ also deswegen da muss man nicht sonderlich kalte füße bekommen dass jetzt in den exorbitern steigen das ist ja eigentlich auch schon mal vielleicht eine gute nachricht aber geguckt jetzt in den vergangenen tagen und wochen sind ja die zinsen also zumindest die kapitalmarkt renditen und zinsen wieder deutlich angestiegen ich habe jetzt im moment noch nicht erkennen können dass sich das auch schon wieder auf die hypotheken zinsen ausgewirkt hat also die zehnjährigen hypotheken zinsen liegen immer noch bei ungefähr vier prozent ich habe mal so langfristig zurückgeschaut wir haben eigentlich so einen abstand zwischen zehnjährigen bundesanleihen und hypotheken zinsen 14 jahre also etwa bei 100 basis punkten liegt also wenn man sagt aktuell 2 70 ungefähr für eine zehnjährige bundesanleihe würde man ja auch sagen okay 3,7 prozent knapp vier prozent für hypotheken zinsen wäre eigentlich historisch gesehen auch angemessen unterliegen wir im moment und ja also ich glaube für den blick nach vorne geht es natürlich tatsächlich um die frage dann was macht die inflation dann kann man auch sagen okay geht sie runter werden die zinsen auch wieder sinken das ist eigentlich auch so unser basis szenario auch wenn es zugegeben ermaßen im moment von den neuesten daten noch nicht wirklich so unterstrichen wird dass es auch eintreffen wird aber ich glaube da kann man vielleicht für die nächsten monate dann doch etwas optimistischer sein wenn das eintritt wenn die zinsen dann wenn die geldpolitik nicht weiter gestrafft wird vielleicht auch irgendwann die kapitalmarkt zinsen wieder sinken werden müssten auch die hypotheken zinsen wieder runter kommen und das dürfte dann auch dem immobilienmarkt wieder helfen aber wir wollen natürlich auch jetzt nicht nur über immobilien sprechen in denen man selbst wohnen kann oder die man mietet sondern es gibt ja auch andere möglichkeiten für anleger wenn man sagt okay der immobilienmarkt ist eigentlich super spannend und super interessant es gibt ja auch immobilienaktien mit immobilienaktien hast du dich ja auch in letzter zeit sehr intensiv beschäftigt letztes jahr war ja zugegebenermaßen ziemlich schreckliches jahr für immobilienaktien ich habe mal geguckt der stocksektor real estate hat im vergangenen jahr fast 40 prozent an wert verloren einzelne aktien ja noch mehr 60 minus 70 prozent zum teil wie würdest du das einschätzen geht dieser ist das gerechtfertigt und muss man sich als anleger vielleicht darauf einstellen dass die kurse noch weiter runter gehen oder ist das eher jetzt vielleicht eine schnäppchen möglichkeit also eher letzteres also das schreckliches letztes jahr heißt tatsächlich aktuell die aktien sind recht günstig also man kann das ja an fundamentalen kriterien festmachen sprich im wesentlichen am substanzwert den kann man relativ genau berechnen und eingrenzen und der hat sich nicht viel verändert der wird sich jetzt noch ein bisschen verändern wir haben gerade rausgearbeitet 20 30 prozent wertverlust durchaus wahrscheinlich das ist noch nicht abgearbeitet aber die kurse haben auch diese schlechten nachrichten die da gekommen sind von der zins- und inflationsfront ja erheblich reagiert die aktien sind nur 70 80 prozent gefallen und auch wenn die rahmenbedingungen jetzt nicht so gut sind dann hat man das dann hat man dort übertrieben also die kurse sind zu stark gesunken dass man da wirklich schnäppchen machen kann man muss allerdings vielleicht ein bisschen längeren zeithorizont vor augen haben man darf nicht hoffen dass jetzt schon in nächsten paar monaten die kurse da deutlich steigen was übrigens letzten monaten aber auch schon gemacht haben aber wenn man mit langen atem herangeht was immobilienbesitzer üblicherweise machen dann kriegt man wirklich immobilien sehr sehr günstig über die aktie okay ist aber wenn wir sonst über aktien sprechen und über bewertungskennzahlen dann kommt uns sowas wie ein kursgewinnverhältnis unter eine dividendenrendite einfach um zu schauen wie attraktiv wie attraktiv sind aktien eigentlich im falle von immobilienaktien gibt es ja auch noch ganz viele andere kennzahlen mit denen man glaube ich im normalfall vielleicht gar nicht so sehr in berührung kommt als normaler anleger also was sind aus deiner sicht so die interessantesten ich habe mir mal mitgebracht hier net asset value beispielsweise für immobilienaktien glaube ich vielleicht mit die wichtigste kennzahl kannst du mal erklären was sich dahinter verbirgt ja ich habe es ja gerade schon angedeutet das ist der substanzwert der immobilien also sprich man summiert alle den wert aber den marktwert alle immobilien summiert man auf dieser marktwert wird recht realistisch berechnet weil das wird häufig gemacht von vereidigten öffentlichen sachverständigen die können da nicht willkürlich bewerten sondern müssen schon auch marken bewerten auch mit marken an zinsen und auch mit marktvergleichswerten von da ist das schon relativ realistisch berechnet was man da an substanzwert für die einzelnen immobilien hat das nennt man asset value der wert der immobilien schlicht und einfach net asset value wird dadurch dass man den wert der schulden abzieht dann hat man den net asset value also den wert für die aktionäre für die eigentümer also sprich wenn ich auch privaten haus kaufen würde eine immobilie vermiete müsste ich auch kalkulieren welches eigenkapital muss ich einbringen und hier würde ich dann eben zum net asset value das wäre das der wert des eigenkapitals den ich erhalte aktuell wenn ich investiere aber dann wäre es das schöne ich kriege teilweise die immobilienaktien mit 30 40 prozent aktuell vom asset value also ich kriege die wirklich die substanz zu 30 prozent teilweise des des realistischen substanzwertes und dann machst du so ein schnäppchen dann kannst du natürlich auch zu den anderen kennzahlen kommen normalerweise wenn man jetzt direkt eine immobilie besitzt dann rechne ich auch mit mietrenditen oder mieten renditen allgemein und dann ist es natürlich ich kann jetzt mit 30 40 prozent vom wert einsteigen und dann ist die mietrendite entsprechend höher weil ich ja zum marktwert einsteiger niedriger ist und dann ist die mietrendite ja transformiert sich ja dann in die dividendenrendite das ist ja die ausgeschütteten netto mieten wenn man so will und dann hast du dividendenrenditen von 7 8 prozent teilweise und das ist natürlich dann gegenüber der direktanlage in immobilien deutlich überlegen also in der konstellation der letzten 12 14 monate ist es aber schon so dass auch der net asset value natürlich gesunken ist oder weil ich sag mal asset value also der wert der immobilien nimmt ab also auch oder sollte abnehmen auch wenn wir noch gar nicht so eine große reaktion bei den immobilienpreisen bisher gesehen haben aber du sagst ja auch 10 15 20 prozent muss man da vielleicht abziehen die schulden durch die weil die finanzierungen teurer werden wenn die schulden ja wahrscheinlich auch eher zunehmen oder der wert der schulden oder wie muss ich mir das vorstellen ja da ist natürlich und da gehen dann natürlich viele viele besitzer von immobilien in dieses falle oder laufen in die probleme dass abschreibungen kommen der asset value sinkt man muss dann an immobilien abschreiben und dann sinkt natürlich das eigenkapital und häufig wenn man schulden aufnimmt dann wird ja vereinbart dass man ja die die substanz unterlegt hat mit genügend eigenkapital also meistens kennen zahlen wie loan to value das heißt also man darf bis zu 60 prozent des wertes der immobilien als kredit aufnehmen also schulden finanzieren und wenn jetzt der wert natürlich sinkt der immobilien dann kann man möglicherweise schnell an diese grenze geraten man hat erfahrungsgemäß etwa 50 prozent fremd finanziert wenn jetzt der wert der immobilien sinkt dann kommt man vielleicht relativ schnell an diese grenze von 60 prozent des wertes und dann drohen liquidierung für einige immobilienunternehmen naja namen darf ich ja nicht sagen aber es gibt bekannte deutsche immobilienbesitzer auch große die die kommen dann an diese grenze und die haben auch schon angekündigt dass man dann liquidieren muss also große portfolios an immobilien auf den markt werfen muss und dann geraten natürlich die preise erst recht unter Druck also das ist noch nicht ausgestanden da wird es noch schlechte nachrichten geben auch ein paar verwerfungen geben aber jemand mit einem langen zeithorizont der könnte jetzt schon relativ guten gewissen einsteigen vielleicht um das an dieser stelle noch mal zu sagen natürlich einzeltitel dürfen wir hier nie empfehlen wenn man in der beratung wen das interessiert der muss entweder selbst recherchieren oder der kann sich beispielsweise auch gerne an unsere kundenberater wenden das ist gar kein problem aber hier im video gibt es jetzt keine empfehlung von uns da werden wir immer eher allgemeine aussagen treffen zum beispiel zum sektor das ist dann unproblematisch oder unproblematisch her und nicht jetzt so einzelnen immobilien unternehmen was mich noch mal interessieren würde ich sag mal klar das sind die größen die du jetzt angesprochen hast die sind alle gut messbar und dementsprechend auch wenn man konkrete vorstellungen hat gut zu prognostizieren auf der anderen seite es gibt ja auch so weichere faktoren also gerade auch was beim thema immobilien spielt ja auch die politik und die politische einflussnahme immer eine gewisse rolle ich kann mich erinnern das war glaube ich 2021 da hatten wir diese diskussion oder nicht nur die diskussion sondern da wurde ja im berliner senat an sogenannten immobilien oder mietdeckel beschlossen das hat damals den kursen die immobilienaktien natürlich auch nicht gerade gut getan gut ist später vom verfassungsgericht dann wieder revidiert worden und aufgehoben worden aber siehst du das siehst du da aktuell risiken dass man sagt okay die politik könnte im immobilienmarkt vielleicht noch stärker wieder eingreifen also ich sehe entwicklung die jetzt allgemein schon antizipiert werden das ist richtig also risiken insofern nicht mehr also diese thema modernisierung energetische sanierung das ist schon thema der nächsten jahre da gibt es ja jetzt auch schon gesetzesinitiativen wie die eu gebäuderichtlinie die noch nicht verabschiedet wurde aber wenn die umgesetzt wird die darauf hinausläuft dass viele bestandsimmobilien in den nächsten jahren ja mit umfangreichen mitteln saniert werden müssen wir haben auch hierzulande eine eine regierung die sich auf die fahnen geschrieben hat sehr energiefreundlich im immobilien sektor zu agieren und da gestern oder vorgestern hat ja unser wirtschaftsminister ja habe hier auch angekündigt dass es öl und gas heizung als nicht mehr eingebaut werden dürfen am nächstes jahr schon und auch die bestands heizung meine 2034 bis 2034 dann ersetzt werden müssen also da kommen erhebliche belastungen auf immobilienbesitzer zu das was ich so höre aus der branche dass man kalkuliert ungefähr mit einer belastung von einer jahresmiete das ist so die daumengröße also das wissen viele marktteilnehmer da kommen belastungen man weiß nicht genau wie viel weil die gesetzesinitiativen sind ja doch im fluss aber man rechnet schon fest damit dass da erhebliche belastung kommt okay aber also ich höre ja so aus deinen worten heraus dass du sagst okay eigentlich immobilienaktien interessant weil die korrektur eher überzogen ist und die risiken die natürlich immer mit so einer anlageform verbunden sind hältst du eher für handelbar und überschaubar aus heutiger sicht zumindest ja das hast du korrekt wahrgenommen genau warum das risiko auch begrenzt ist das hat man nicht vergessen auch immobilienaktien die unternehmen streuen ja auch das ist ja der große vorteil gegenüber einzelnen immobilien man hat kein klumpen risiko man ist in verschiedenen standorten in verschiedenen immobilien mit verschiedenen mietern da bestehen da nicht so hohe risiken und das schöne an immobilienaktien ist ja auch es sind handelbar das ist ja auch ich kann minütlich meine aktie veräußern wenn ich immobilien besitze ist das recht sperrig das dauert dann muss ich notare beschäftigen das ist mit viel mehr kosten verbunden auch der anschaffungsvorgang ich habe anschaffungsnebenkosten ungefähr 10% vom wert wenn ich selber mache anschaffungsnebenkosten laufende kosten das schöne ist mir wird ja auch die verwaltung abgenommen habe also kein ärger mit mit mietern oder mit handwerkern sondern haben sozusagen ein rundum sorglos paket mit einer besseren rendite weil die preise ja so nachgelassen haben bei aktien als wenn ich jetzt direkt immobilien besitzen würde also es wird ein bisschen stiefmütterlich behandelt bei vielen deutschen die tatsächlich immer noch dazu neigen ja immobilie selbst zu besitzen mit all dem ärger und dann trotzdem relativ niedrigen renditen okay was ist vielleicht zum schluss noch zu einem anderen zu einer anderen investitionsmöglichkeit kommen es gibt ja auch offene immobilienfonds also für all diejenigen die sagen okay mich jetzt mit immobilienunternehmen hier auseinanderzusetzen ist mir alles viel zu kompliziert einen immobilienkauf kann ich mir aber nicht leisten wenn ich trotzdem da irgendwie aktiv werden möchte und mein geld da anlegen kann ich ja auch auf offene immobilienfonds zurückgreifen hat auch den vorteil breite streuung nicht so liquide da gibt es natürlich anlage vorschriften kündigungs- und haltefristen findest du das offene immobilienfonds im moment wären das für dich eine alternative siehst du da vorteile oder nachteile ja im augenblick nicht also man muss sagen letztendlich bult man mit immobilienaktiengesellschaften und gleichen immobilien die kaufen die gleichen wohnimmobilien büroimmobilien gewerbeimmobilien das sind also die gleichen immobilien bei immobilienaktien kriege ich zum schnäppchenpreis aktuell weil die preise nachgelassen haben und bei den rücknahmekursen von offenen immobilienfonds da waltet nicht das freie spiel der kräfte der markkräfte die die negative entwicklung schon einpreisen sondern der rücknahmepreis wird sehr stark sehr stark kalkuliert eben mit ja die mieteinnahmen die größtenteils ja feststehen aber dann abdiskontiert mit einem relativ konstanten liegenschaft sind der eben nicht aktuelle entwicklung einpreist und insofern wundert man sich immobilienaktien sind 70 80 prozent gestiegen äh gesunken entschuldigung und ja auch die immobilienfonds die rücknahmepreise ziehen da einsam ihre kreise und wachsen stetig um zwei prozent pro jahr auch im letzten jahr und das kann irgendwie nicht sein also da muss ja irgendwie eine fehlbepreisung eigentlich vorliegen so ist es entweder auf der einen oder auf der anderen seite ich meine als einiger finde ich das natürlich vielleicht klasse zwei prozent ist jetzt nicht so viel aber dafür stetig ähm ja aber das ist auch ein bisschen ein bisschen also im augenblick sind die kurse recht hoch aber man muss fürchten irgendwann kommt die abwertung die kommt dann nur mit verzögerung weil dieser liegenschaftszins der passt sich sehr sehr träge an den marktentwicklung der liegenschaftszins ergibt sich aus renditen von bestehenden immobilien also aus vergangenen transaktionen du hast ja eben gesagt transaktionen finden ja jetzt aktuell wenig statt das heißt man hat also renditen eingepreist von transaktionen von vor der krise oder vor vor den zinsanhebungen da waren auch höhere renditen durchaus üblich und niedrige renditen entschuldigung und das hat man noch alles gar nicht berücksichtigt also man muss einfach fürchten das kommt mit verzögerung das wissen auch viele marktteilnehmer es gab ja auch schon fonds von blackstone beispielsweise wo dann eben ja sehr viel anteil zurückgegeben werden und dann diese fonds auch in liquiditätsprobleme kommen ja eigentlich ein super spannendes feld über das man jetzt noch ganz ganz viel weiter diskutieren könnte ich würde mal sagen als fazit das ich so mitnehme aus deiner sicht am interessantesten eigentlich tatsächlich die immobilienaktien weil sie so stark schon im kurs verloren haben eigentlich eine überdurchschnittlich stark eine zu starke kurskorrektur danach dann vielleicht die immobilienfonds einfach weil sie relativ stetig sind auch wenn du sagst okay eigentlich ist es eine fehlbepreisung aber ich habe daraus gehört die wird wahrscheinlich auch noch weiter gehen und die wird jetzt nicht im nächsten jahr oder jetzt in den in den kommenden monaten komplett schon schon aufgehoben werden deswegen wird es auch da wahrscheinlich eher weiter relativ stabile preise geben gut und die direkte immobilie ist wahrscheinlich im moment eher die schlechteste alternative zumindest aus anlegersicht und als käufer wird man wahrscheinlich noch ein bisschen warten müssen bis die preise wirklich etwas stärker in bewegung geraten und als verkäufer ja gut wird man sich vermutlich in den nächsten monaten doch noch ein bisschen mehr bewegen müssen wenn man die immobilie tatsächlich verkaufen muss weil ansonsten bekommt man sie momentan tatsächlich zu den aktuellen preisen wahrscheinlich nicht los okay ja da würde ich sagen erst einmal vielen vielen dank peter ich hoffe dass das auch für unsere zuschauerinnen und zuschauer ein interessantes thema interessanter einstieg in die warburg anlage akademie gewesen ist ich glaube man sieht schon ganz vielschichtiges thema gibt viele begriffe mit dem man vielleicht sonst so gar nicht so vertraut ist kann man gerne ja auch noch mal nachlesen und ein bisschen selber recherchieren ansonsten wenn fragen auftauchen kann man sich auch immer gerne an uns wenden wir würden uns natürlich auch freuen wenn es vielleicht themenvorschläge gibt von denjenigen die jetzt hier zuschauen und sagen mensch also hat mir gefallen aber das und das würde mich auch noch mal interessieren da sind wir ganz offen und ja erst einmal vielen vielen dank wir sehen uns bestimmt bald wieder und dann freuen wir uns auf die nächste warburg anlage akademie dankeschön danke auch